So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ihr seht schon, das Emote ist schon bereits freigeschaltet. Kratzen und Schlagen. Was hat mir noch gefehlt? Das war einmal die Infrarotwaffe. Dazu habe ich eben schon ein Video hochgeladen, wie ihr es am besten machen könnt. Und natürlich, die Lackierungen sind für die 300 Barren. Aber ich denke mal, ich habe erst vor kurzem ein Goldvideo hochgeladen. Denkt dran, macht einfach eure, sagst schon, Kopfgeldjagden. So habe ich es eben in Dings gemacht, in Gruppenkeile, obwohl ich die Infrarotaufgabe gemacht habe. Und deshalb hat sich das ein bisschen überschnitten. Ich wollte das eigentlich schon ein separates Video haben. Aber gut, ich denke mal, Barren sollte eigentlich jedem klar sein. Und ja, wenn ihr alle Aufgaben gemacht habt, bekommt ihr halt genau diese Emote. Ihr müsst auch nichts freischalten oder so. Passiert alles automatisch, wie wir sehen. Und wenn euch das Ganze wie immer gefallen hat, vergesst nicht ein Like da zu lassen, gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, setze ich mich jetzt mal in die normalen Aufgaben, Pro-Aufgaben, halt wie gesagt, jetzt komplett fertig. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln. Schaltet euch alles frei und haut rein.